Der ist falsch. Der ist auch falsch und jetzt haben wir es geschafft. Okay, dann Schienen verdrängen ja das Wasser, von dem hier noch weniger, aber das Wasser kommt hier scheinbar wirklich nicht rein, deswegen lassen wir das so. Platzieren wir jetzt erstmal die Schienen. Oh, halt mal, hier nicht. So, die kommt hier her. Das kommt da her und dann geht das hier weiter. So, dann haben wir das, dann machen wir weiter mit der Wand, mit den Wänden, also hier erstmal. Hier ist ja an sich schon Kies, Leute. Kies von unten, der macht keinen Sinn. Ich mache hier also einfach alles weg und lasse den Kies mal liegen und dann mache ich so, Leute, dass ich den Kies von oben wieder hinbaue. Hat schon was, wenn der Kies dann in die Wand hineinragt. So, gleich wird das auch wieder heller. Okay, also eins, zwei. 1, 2, 3, 4. Ist schon, okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das wäre genau hier dahinter. Lassen wir es erstmal. 1, 2, 3, 4. Auch das hier wäre dahinter. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2. So, dann platzieren wir erstmal, was platziert werden kann. 1, 2, 3, 4. Der ging dann natürlich daneben. Mist. Und über Tiefe komme ich. War vielleicht jetzt ein bisschen falsch. Egal. Äh, so, Fackeln wollte ich platzieren. So, weiter geht es mit Wand. So, den Kies machen wir dann nachher. Habe ich eigentlich... Nein, habe ich nicht. Okay. So, das Loch ist eh zu klein. Das wird dann zugemacht. Das würde tatsächlich so jetzt offen bleiben. Interessanterweise. Nicht schon wieder. Okay. Machen wir jetzt den Kies. Fangen wir hier an. Hier sind es 1, 2, 3. 1, 2, 3. Also ab hier. Also genau noch einer. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, das wird alles Kies bleiben. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Drei. Das ist eine Drei. Eins, zwei, drei. Das heißt, der ist ab wieder ab hier. Da könnte ich eigentlich Bruchstein hin machen. Genau. Dann. Eins, zwei. Zwei sogar nur. Eins, zwei. Das heißt, hier bleibt das so. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier. Okay, dann kommt hier wieder Bruchstein hin. Dann eins, zwei, drei. Vier. Eins, zwei, drei, vier. Kommt Bruchstein hin. Eins, zwei. Eins, zwei. Also ab hier wieder. Eins, zwei. Ups, das war einer zu viel. Egal. Eins, zwei. Also so. Und der Rest ist Kies. Und dann haben wir jetzt ein, zwei, drei, vier. Ja, ist leider Kies. Also zugeschüttet worden. Eins, zwei, drei, vier. Kies zugeschüttet worden. Tja, schade. Also hier wird es ein bisschen dunkler, Leute. Einfach weil hier ein Einbruch ist. Also hier ist der Kies eingebrochen. Wahrscheinlich wäre es sogar noch größer, wenn ich das damals nicht weggemacht hätte. Aber naja. Ist halt leider so. Okay, machen wir die andere Wand. Aber ich finde das schön. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Variationen drin, Leute. Das gefällt mir. Auch wenn wir das bisher nicht gemacht haben, ab sofort machen wir das. Und dadurch wird es halt auch schon ein bisschen umfangreicher. Denn die Bahnstrecken, die ich geplant habe, sind weitaus mehr als die, die ich schon gebaut habe. Das heißt, irgendwann kommt das gar nicht mehr... Fällt das gar nicht mehr auf. Interessant. Da muss ich dann gleich runter. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal da runter und holen uns das Zeug. Das ist da runtergefallen. Ich bin schon wieder voll. Legen wir mal ein bisschen was ab. Okay. Das hier ist voll. Das hier, also nicht voll. Das hier. Okay. Das ist voll, Leute. Kommt weg. Der Rest kommt hier rein. Ach, da ist noch Erde. Super. Okay. Dann die Beleuchtung. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Da habe ich irgendwas aufgesammelt. Ah ja. Okay. So, dann hier. Die wieder rein. Und dann die drauf. Und dann bauen wir die Wand wieder rein. Und dann bauen wir die Wandern. Tja, so, bleibt das jetzt eigentlich offen oder mache ich das zu? Das weiß ich noch gar nicht, das kommt noch auf, Leute. Äh, machen wir erstmal das hier weg. Okay, genau, und dann holen wir uns einfach das hier und machen mal weiter. So, hier ist definitiv eine Wand, Leute, da auch, hier auch. Von dem hier ist das komplett zu. Bis auf das eine Loch da. Das hier bleibt. Ja. Aber das hier ist, okay, wir können die Decke noch abwarten, aber zumindest bei dem hier können wir schon nachsehen. Einfach mal runter, ob es hier eine Helligkeit von 0 hat. 1, 1, 1, Leute. Okay, 1 ist das Niedrigste, das ich hier finde. Hier hätten wir 2, einer höher wäre wahrscheinlich näher dran. Oder, was hätten wir hier? 5. Dann haben wir hier 4, 3, 2. Nein. Also 0, äh, 1 ist das Niedrigste, was ich hier finde. Damit ist es zu hell. Was bedeutet, es wird zugemacht. Tja, dabei wurde es so schön abgedichtet von der Wand her, aber naja. So, gehen wir, dann erwarte ich noch die Decke ab. Bei dem hier, das sieht eigentlich aus, als wäre es schon ziemlich dunkel. Machen wir es jetzt mal. Gehen wir mal nachsehen. 0, ja. Also das hat 0, das ist dunkel genug, Leute. Das heißt, es würde offen bleiben. Das heißt, die hier bleiben offen. Dann. Na gut, wir werden da wahrscheinlich eh noch ein paar Mal runter müssen. Bauen wir das mal um. Der hier ist in Ordnung. Der hier und der hier. Und natürlich von unten darf man das auch nicht sehen. Und ich muss die hier zumachen. So, also. Der, der, die hier. Der, der, der. Der auch. Der geht dann aber wieder so. Und dann bleiben die hier noch. Machen wir mal die Schienen wieder drauf. Genau. Das bleibt so. Und für den Rest machen wir jetzt das Holzkunstruck, Leute. Das müsste ich aber erst wieder nachsehen. Deswegen verschiebe ich das mal nach hinten. Das würde wahrscheinlich das hier komplett zumachen, weil das hier ja das Ding ist. Ja, ich mach da trotzdem das Holz kurz. Na, wenn das. Wir sehen uns das an, Leute. Wenn das Holz kurz zurück das hier komplett zumachen würde, hätte es keinen Sinn. Dann können wir es auch einfach zumachen. Ich mach jetzt erstmal mit der Decke weiter. Ich mach jetzt mal mit der Decke weiter. Okay, es sieht nicht so aus, als hätten wir hier irgendwo einen Einbruch. Es bleibt also bei normalen Segmenten. Wie geht es schon? Das ist ja nur ein paar Sachen. Dann sieht es so aus, als würden hier so gut wie gar keine Höhlen bleiben. Naja. Muss ja auch nicht. Es kann ja auch mal ganz normale Segmente wieder geben. Das ist so gut. Interessanterweise ist hier tatsächlich nirgendwo Kies, Leute, also es kann tatsächlich sein, dass der Kies wirklich genau hier angefangen hat LOL